Ja, auch das ist aber nett, dass sie schon auf LinkedIn von uns gehört haben. Ah ja, ach so, und die anderen sind alle so wack. Ja, cool. Wenn du LinkedIn verstanden hast, wird dir aufgefallen sein, dass Menschen mit hochwertigen Fotos und Videos bessere Reichweiten bekommen, eine höhere Interaktion und mehr Leads auf ihrem Personenprofil generieren können. Vielleicht glaubst du, dass hochwertiger Content in der Qualität, wie du ihn für LinkedIn brauchst, sehr teuer ist und dass die Dienstleister eh nicht verstehen, was sie machen müssen, weil LinkedIn ja halt irgendwie auch was Eigenes ist. Genau dafür haben wir den offenen Content-Tag entwickelt, in dem wir Foto- und Videoinhalte für deinen LinkedIn-Kanal produzieren und du auch noch ein professionelles Mediencoaching während dieser zwei Tage, die der offene Content-Tag dauert, bekommst und ein LinkedIn-Coaching von LinkedIn-Experten. Das bedeutet, du hast wirklich das gesamte Paket und kannst danach rausgehen und auch als Solopreneur oder Geschäftsführerin von einem kleineren Unternehmen wirklich das Thema Content als Vertriebsmaßnahme und als Maßnahme der Markenbildung benutzen. Komm auf mich zu, wir haben mehrere Termine in Deutschland am Start und wir schauen, welcher zu dir am besten passt und ob die Maßnahme Content-Tag, der offene Content-Tag, für dich einen Mehrwert verspricht. Ich freue mich auf den Austausch mit dir.